Ich habe von Anfang an vor dem Schulz-Hype gewarnt, sagt heute Martin Schulz selbst. Nach drei krachenden Wahlniederlagen liegt die SPD in Umfragen etwa wieder da, wo sie war, vor Martin Schulz. Ist also die Bundestagswahl wirklich schon gelaufen oder überraschen uns beide Kandidaten jetzt vielleicht endlich mal mit Inhalten? Das Thema bei Sandra Maischberger. Klartext bitte. Was wollen Merkel und Schulz für Deutschland? Unsere Gäste. Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Vorsitzende, redet sich nach der Niederlage Nordrhein-Westfalen Mut zu. Der Boxer-SPD hat einen Leberhaken bekommen, aber er steht noch. Im Bundestagswahlkampf setze die SPD weiter auf Gerechtigkeitsfragen. Sarah Wagenknecht findet das unglaubwürdig. Die Fraktionsvorsitzende der Linken sagt, als einzige Partei vertrete die Linke eine soziale Politik mit klaren Forderungen wie nach einer Vermögenssteuer für Reiche. Peter Tauber, der CDU-Generalsekretär, mahnt seine Partei. Die Bundestagswahl ist noch nicht gewonnen. Im Wahlkampf setzt die CDU voll auf die Kanzlerin und will mit dem Thema innere Sicherheit punkten. Für mich war die CDU nie der natürliche Bündnispartner der FDP, sagt Katja Suding, die Hamburg-Chefin der Liberalen. Der Unterschied zwischen Union und SPD sei nicht groß. Beide seien mittlerweile sozialdemokratische Parteien. Und Robin Alexander, der Bestseller-Autor und Journalist der Welt am Sonntag, hält es für einen Fehler der SPD, den Wahlkampf nur auf Abstiegsängsten aufzubauen. Denn so schlecht gehe es dem Land nicht. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, er ist gestartet als 100% Hoffnungsträger und nach drei Niederlagen in Folgen hängt er ziemlich in den Seilen. Was bleibt also von Sankt Martin? Martin Schulz ist ja immer eine geile Sau, ja. Die Euphorie war grenzenlos, als die SPD Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten kürte. Gültige Stimmen 605 mit Ja haben gestimmt 605. Und mit einem Ergebnis, das an totalitäre Systeme erinnerte, wurde er zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Eine mediale Heiligsprechung wurde ihm zuteil. Er ließ sich feiern. Manchmal musste er nachhelfen. Aber dann folgten drei Tiefschläge. Unser Ziel für diesen Abend nicht erreicht, heißt nicht, dass wir unser Ziel nicht erreichen. Wir haben das Ergebnis nicht erreicht, das wir erreichen wollten. Das ist ein schwerer Tag, auch für mich persönlich. Ich stamme aus dem Bundesland, in dem wir heute eine wirklich krachende Niederlage haben, hinnehmen müssen. Was wird Martin Schulz am Abend der Bundestagswahl sagen müssen? Herr Stegner, man hat es ja gesehen, Sie waren Sonntagabend dabei, ganz nah bei Martin Schulz. Wie hat der eigentlich reagiert, als irgendwann am späten Nachmittag die ersten Zahlen kamen? Hat der einen Moment lang gedacht, ich lasse es sein? Nein, das nicht. Aber das ist natürlich für uns ein Tiefschlag gewesen. Das kann man ja gar nicht bestreiten. Nordrhein-Westfalen ist nicht irgendein Land. Das ist unser Kerndand. Das ist die Sozialdemokratie buchstäblich zu Hause. Und wenn man dann so eine herbe Schlappe einstecken muss, dann ist keiner fröhlich. Hat der Moment nachgedacht, weil er kommt ja auch aus Nordrhein-Westfalen, hat der Moment nachgedacht, ob er der Richtige ist für diese SPD? Nein, das glaube ich nicht. Und im Übrigen, Sie haben in der Anmoderation gesagt, wir seien auf den Werten zurück, auf denen wir waren. Ganz stimmt das ja nicht. Wir haben über viele Jahre, viele Jahre waren wir Anfang 20 Prozent. Wir sind jetzt schon deutlich höher, aber es ist nicht das, was wir brauchen, um zu gewinnen. Trotzdem, ich habe auch eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein verloren. Das ist für einen nicht schön. Und da soll man auch sich nicht schön reden. Fakt ist aber trotzdem, dass die Bundestagswahl nicht entschieden ist, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und ein paar der Dinge, die wir da gesehen haben in Nordrhein-Westfalen, die werden wir natürlich auf Bundesebene dann in anderer Weise auch sehen. Ein Beispiel zu sagen, die Union, nein, die Union hat sehr hart den Innenminister Ralf Jäger kritisiert. Das war ein großes Thema. Wir werden bei der Bundestagswahl sicher auch darüber reden müssen, was machen eigentlich die beiden für sicherheitszuständigen Minister von der Leyen und de Maizière. Da herrscht ziemliches Chaos und die gleiche Freundlichkeit, mit der die Union Ralf Jäger bedacht hat, die werden wir dann den beiden Kollegen auch angedeihen lassen. Denn die sind für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zuständig. Und da sieht das ziemlich fünster aus. Das ist eine Kampfansage. Ganz kurz nur politische Verantwortung. Also Frau Kraft ist weg. Herr Albig ist weg. Das war der Ministerpräsident in Ihrem Landesverband. Bei Ihnen sind sogar Forderungen laut geworden. Es sind wenige, aber Sie sind da, der Kreisverband von Nordfriesland, mit einem Bundestagsabgeordneten. Ziehen Sie mal politische Konsequenzen? Es gibt ja unterschiedliche Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin in der Tat verantwortlich für die Programmatik, für die politische Linie meiner Partei. Wenn man sich die Wahlanalysen betrachtet, dann glaube ich, ist die Wahlniederlage, wir haben etwa 3% verloren, die Union 1,2% gewonnen. Bei 2,3 Millionen Wahlberechtigten ungefähr 4.000 Stimmen verloren. Das ist schmerzlich, aber es ist jetzt nicht so, dass... Halb so wild auf den Weg. Nein, das nicht. Das Ergebnis ist ja unerfreulich. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass die Wahlanalysen hergeben, dass unsere politischen Ziele falsch gewesen wären. Für die stehe ich gerade. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, Verantwortung zu übernehmen. Das muss jeder für sich selbst wissen. Sie bleiben also. Herr Tauber, haben Sie ein Mitgefühl mit Schulz im Moment? Das ist keine Kategorie, in der ich denke. Ich freue mich über den Erfolg meiner Partei bei drei Landtagswahlen, wo ja viele auch gesagt haben, kann die Union das schaffen, einmal im Saarland zu gewinnen, sehr überzeugend. Und auch eine amtierende Landesregierung abzuwählen. Im letzten Jahr hieß es immer, das gelingt nicht. In so schwierigen, unsicheren Zeiten vertrauen die Menschen den Amtsinhabern. Und offenkundig war die Bilanz, auch in Nordrhein-Westfalen, auch in Schleswig-Holstein, so desaströs, dass die Menschen gesagt haben, unsichere Zeiten hin oder her, gerade jetzt brauchen wir einen Wechsel. Also war Schulz gar nicht schuld an Nordrhein-Westfalen und an den anderen beiden Niederlagen? Also wir haben diese Wahl ja nie zu einer vorgezogenen Bundestagswahl gemacht. Das waren ja die Kollegen der SPD. Wir haben immer gesagt, es ist eine Landtagswahl. Wir wollen die gewinnen. Wir haben auf die Themen in den Ländern gesetzt. Das waren teilweise unterschiedliche Themen. Im Saarland ging es stark um den Strukturwandel, Innovation, Veränderungen. In Schleswig-Holstein stärker um die Bildung und in Nordrhein-Westfalen in der Tat um die innere Sicherheit. Denn Nordrhein-Westfalen hatte den schlechtesten Innenminister dieser Republik. Und der Vergleich, bei aller Liebe zu Thomas de Maizière, der eine schwierige Aufgabe in einer Zeit auch hatte, die er gut gemeistert hat. Und Ursula von der Leyen, die eine Bundeswehr nicht nur zu einer Berufs- und Freiwilligenarmee umbauen muss, die auch die ganzen anderen Strukturen, die Bundeswehr ist über lange Jahre vernachlässigt worden, von allen Parteien, muss man selbstkritisch sagen, das mit Herrn Jäger zu vergleichen, das ist schon ein sehr mutiger Schritt, lieber Herr Schmidt. Aber lieber Herr Tauber, stellen Sie sich mal vor... Eins will ich dann auch noch sagen, weil Sie das immer so mitverpacken, man muss allen, die in den ganzen Sicherheitsdiensten Dienst tun, den Polizisten und den Soldaten, ein großes Dankeschön sagen. Das machen Sie immer so in so einem Halbsatz mit, dass man da auch kritisch ist. Nein, 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 das ist unbestritten. Ich bin selbst mal Innenminister gewesen, das ist unbestritten. Sie kriegen beide Gelegenheit, das zu vertiefen. Aber den einen Satz will ich doch zurückweisen dürfen. Sagen Sie immer, wenn es ein Satz wäre, ist gut. Ja, was Frau von der Leyen betrifft, wenn das ein Sozialdemokrat wäre, wo ein Rechtsradikaler in der Bundeswehr sich einschmuggelt als Flüchtling, um Attentate verüben zu wollen, und das würde passieren, und das wäre ein Sozialdemokrat, dann wäre der nicht mehr im Amt. Aber Sie sagen es schon, Sie machen es schon wieder pauschal, und es ist eben nicht so, wie Sie denken, es ist ein Fall, da hängen andere dran, und sie klärt es auf, dafür ist die Ministerin... Sie kriegen beide Gelegenheit zu sagen, was SPD und die CDU in der inneren Sicherheit machen wollen, Herr Alexander. Aber erst einmal wollen wir über dieses Duell, was ja da auch personell steht, reden, nämlich zwischen Frau Merkel und Herrn Schulz. Waren Sie eigentlich überrascht, dass der plötzlich am Anfang des Jahres, man kannte ihn ja schon länger, als eine so strahlende Heldengestalt darstammt? Ja, selbstverständlich, und ich glaube, das waren auch alle, weil Martin Schulz ist ein respektabler Politiker, den kennt man auf der europäischen Ebene, der ist auch kein Leichtgewicht, aber der wurde dann ja aus einer Mischung aus Obama und Jesus Christus verkauft, und da hat man sich schon gesagt, was ist denn jetzt los? Ist er jetzt heute da, wo er eigentlich... Das wurde ja organisiert, das war ja kein Zufall. Also die SPD hat sehr klug, übrigens unter Inspiration der Kampagne von Donald Trump, nicht die Inhalte von Trump vertreten, aber die Form übernommen. Also der Schulz-Zoo, den gab es in Amerika, da hieß er der Trump-Train. Also man kann Begeisterung pumpen über das Netz, und dann war die SPD ja auch in der Verfassung, wo man von der Depression in der Euphorie umschlug, und so, das hat ja ganz gut geklappt, nur es hält er natürlich nicht ewig. Und die SPD hat verpasst, aus diesem Hype in Inhalte zu kommen. Das wollen Sie jetzt nachholen. Ist Martin Schulz in der Beurteilung jetzt etwa da, wo er eigentlich von Anfang an gewesen wäre? Nein, jetzt wird er zu schlecht beurteilt. Also wir machen das, was wir als Medien immer falsch machen, wir schreien Hosianna und kreuzigen ihn in drei Tagen. Also wenn man das jetzt schon wieder liest, was er alles persönlich da hätte vertrotteln sollen, das finde ich, da schießen wir weit über das Ziel hinaus. Und die SPD hat einen Fehler gemacht. Die haben gesagt, Frau Kraft hat keine gute Bilanz, aber ist eine populäre Ministerpräsidentin, also verkaufen wir sie über das Image. Und das ist natürlich, wenn man im Bund gegen eine Regierung, wir hatten das schon besprochen, die auch große Probleme hat, gerade in den Unionsressorts, das Image einer Kanzlerin angreifen will, war das wahrscheinlich die falsche Strategie. Frau Suding, das Stichwort Image ist gefallen. Jetzt mal nicht als Politiker, Sie sind ja erfolgreiche Unternehmerin, Sie haben lange Zeit als PR- und Kommunikationsberaterin auch gearbeitet. Wenn Sie jetzt die Aufgabe hätten, das Image von Martin Schulz wieder aufzupolieren, was würden Sie ihm raten? Natürlich eine ganz schwierige Aufgabe. Er hat ja die große Bürde, dass er eben so hoch gehypt wurde. Das hat ja wirklich kaum einer vermutet, dass das so passieren würde. Ist ja soweit abgestürzt. Er muss jetzt Inhalte liefern und er muss die richtigen Inhalte liefern. Er hat bisher in der Anfangsphase seiner Kampagne aus meiner Sicht auf das völlig falsche Thema gesetzt, auf soziale Gerechtigkeit zu setzen, das dann auch so zu unterfüttern. Also beispielsweise im Wesentlichen nur darüber zu reden, dass man Arbeitslosengeld für ältere Arbeitslose verlängert, bevor man sie dann aufs Abstellgleis setzt. Das war aus meiner Sicht das völlig falsche Thema. Er hätte sich auch nicht darauf einlassen dürfen, dass er sich im nordrhein-westfälischen Wahlkampf so zurückhält, wie er es getan hat. Es wird jetzt ganz, ganz schwierig, da wieder Fahrt aufzunehmen. Ich würde es mir persönlich sehr, sehr wünschen, weil ich glaube, das tut der Demokratie, das tut dem Wahlkampf unglaublich gut, wenn wir eine Ausgangsposition haben, wo wenigstens gefühlt beide Kanzlerkandidaten eine reelle Chance haben. Und man nicht jetzt schon denkt, es ist klar, wer im September Kanzler ist oder bleibt. Frau Wannknecht, bevor wir es dann vertiefen, aber einfach mal zur Form, weil es sickert jetzt so langsam durch. Heute ganz viel, gestern ein bisschen, was die SPD jetzt wirklich inhaltlich will. Ist das eine gute Strategie oder sieht das für Sie so ein bisschen aus wie eine Panikattacke einer manisch-depressiven Partei, wie Herr Alexander insinuiert hat? Also ich meine, es ist ja zwar einiges durchgesickert, aber es ist natürlich auch nicht wirklich ein Gegenprogramm zu Frau Merkel. Ich meine, Herr Schulz hatte alle Chancen der Welt und als er am Anfang antrat, also Euphorie kann man zwar auch mit organisieren und da war auch viel organisiert, aber die kann man nicht machen. Die Hoffnungen, die waren ja da und die waren da, weil er am Anfang angekündigt hat und das war ja sein Anspruch, er würde den Kurs der SPD korrigieren. Er ist ja zunächst angetreten und hat gesagt, wir dürfen nicht mehr diesen Agenda-Kurs machen, das müssen wir korrigieren, Sozialabbau. Also das heißt, er hatte zunächst eigentlich das Image, dass er die SPD wieder auf einen Kurs zurückführt, den sie vor Schröder mal gefahren ist. Und da sind ihm wirklich die Herzen zugeflogen. Da haben ganz viele Hoffnung geschöpft und haben gedacht, jetzt macht die SPD endlich mal wieder was Vernünftiges, nachdem sie im Grunde 17 Jahre lang wirklich eine katastrophale Politik gemacht hat. Und dann hat er nicht geliefert, weil dann hat er zwar immer ganz viel Reden gehalten und hat immer wieder gesagt, soziale Gerechtigkeit, aber es kam inhaltlich nichts und schlimmer als nichts. Er hat dann oder unter seiner Führung begann dann eine Debatte, also dass man doch vielleicht eine Koalition mit der FDP anstrebt. Und Frau Sudin, dass Sie mit dem Thema soziale Gerechtigkeit nicht so viel anfangen können, das ist eben bekannt. Das heißt, die SPD ist natürlich nicht glaubwürdig, wenn sie sagt, sie will ein gerechteres Land und präferiert dann eine Koalition mit der FDP oder womöglich eine neue große Koalition. Und dadurch hat er sich dann, also hat er einfach diese Hoffnungen enttäuscht und hat bei vielen für Ernüchterung gesorgt. Und wenn er jetzt nochmal wirklich käme und mit einem klaren sozialen Programm antreten würde, vielleicht ließe sich noch was retten, aber das, was ich bisher gehört habe, das ist einfach zu dünn. In Wirklichkeit war es ja genau umgekehrt. Was denn? Also der Schulz-Hype brach, als eine Woche vor der Saarlandwahl der gesagt hat, er kann sich auch mit der Linken vorstellen. Das war der Scheitelpunkt der Schulz. Aber die Saarlandwahl war die beste Wahl für die SPD dieses Jahr. Es war genau umgekehrt. Nein, nein, also ich meine, die Saarlandwahl ist die einzige Wahl in diesem Jahr gewesen, wo die SPD eigentlich nicht relevant verloren hat. Und das war die einzige, wo sie tatsächlich die rot-rote Option sehr klar präferiert hat. Also wir haben beide inhaltlichen Schwerpunkte, die wir heute vertiefen, genannt. Die innere Sicherheit und die soziale Gerechtigkeit. Aber jetzt machen wir doch noch mal eins. Wir blicken auf die andere Seite des Duells, nämlich auf eine Kanzlerin, die, und das ist gar nicht so lange her, von allen in einer Art, ja, Kanzlerdämmerung gesehen wurde, so als ob sie amtsmüde sei und eigentlich nicht mehr unschlagbar. Kanzlerin Angela Merkel. CSU-Parteitag 2015, Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird auf offener Bühne von Horst Seehofer gedemütigt. Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Die CSU ließ lange offen, ob sie eine neuerliche Kandidatur Merkels unterstützen würde. Viele Monate lang blieb Merkel in einem dramatischen Beliebtheitstief. Und als sie im November 2016 ankündigte, wieder anzutreten, hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Merkel aber ließ sich nicht beirren. Für viele unerwartet gewann die Union 2017 alle drei Landtagswahlen. Fragen nach einem anderen Kandidaten scheinen sich jetzt zu verbieten. Ich habe schon so viele Kanzlerkandidaten in meinem Leben gelesen. Wir stehen jetzt vor einer Bundestagswahl, wo wir eigentlich eine Kanzlerkandidatin haben. Und insofern denke ich, dass das kein Thema ist. Nicht mal nur eigentlich. Bitte? Es ist... Es war dann ganz real. Herr Winkel, bitte. Herr Alexander, Sie haben Merkel zu Trump begleitet. Sie waren dabei, als sie Putin besucht hat. Sie sind ein guter Insider. Kennen Sie aus nächster Nähe. Haben Sie mit diesem Comeback gerechnet nach dem schwierigen Anfang? Nein, nicht so dramatisch. Nicht so dramatisch. Ich hätte nicht gedacht, dass alle drei Landtagswahlen gewonnen werden von der Union. Wie kommt das? Was hat sie richtig gemacht? Einfach, sie hat ausgesessen? Oder ist das der Bonus? Ich glaube, die Union hat sich ja lange gestritten. Das hatten Sie ja eben noch mal gezeigt. Aber die haben ja dann den Schuss gehört. Und da hat auch der Schulz-Hype beigetragen. Also dieses letzte Versöhnungstreffen verunglückte noch. Aber seitdem ist Frieden aus der CSU-Ecke. Da ist nichts bereinigt. Also innerlich sind die keinen Meter aufeinander zugegangen. Horst Seehofer hat gesagt, er unterschreibt den Koalitionsvertrag nur, wenn eine Obergrenze drinsteht. Aber es wird nicht mehr darüber gesprochen. Und das machen die beiden Unionsparteien mit großer Disziplin. Also da wurde ihr einfach geholfen, weil eine innerparteiliche Front abgeräumt wurde. Und das war es schon? Und deshalb ist die jetzt plötzlich wieder... Nee, das war ein Erfolg. Dann kam ja das Saarland mit einer sehr, sehr guten Ministerpräsidentin, die sehr zu dem Land passt. Dann kam Daniel Günther, wo vielleicht die SPD auch einiges falsch gemacht hat in dem Land, wo der gewonnen hat. Und dann der Sieg von Laschet ist ja eigentlich der interessanteste. Weil Laschet hat ja wenige Wochen vor der Wahl die innere Sicherheit als Thema erst hochgezogen. Er hat sogar jemand, nämlich Herrn Bosbach, neu sozusagen aufs Spielfeld gestellt. Herr Bosbach, jemand, der gegen die Politik der offenen Grenzen war. Der auf dem Parteitag 2015 den Antrag geschrieben hat, wir sollen die Grenzen schließen. Bosbach, der immer eine andere Stimme war, aber die Union hat ihn auf die Bühne genommen. Und am Ende Laschet, Merkel, Bosbach. Und die Leute haben gesagt, ja. Wollen Sie uns eigentlich verschaukeln, Herr Tauber? Weil wenn es so ist, wie Herr Alexander sagt, dann haben Sie die Differenzen eben nicht ausgeräumt. Sondern da steht jetzt eben ein Horst Seehofer, der noch vor nicht allzu langer Zeit gesagt hat, das ist ein Staatsversagen, das man der Kanzlerin vorwirft. Und jetzt sagt er, das ist die einzige Frau, die uns wirklich führen kann in diesem Land. Wer soll das glauben? Wir haben in der Tat nach einer Phase, wo wir auch miteinander gestritten haben, uns hingesetzt und gesagt, das geht so nicht. Die Union hat Verantwortung für dieses Land. Wir wollen weiter Verantwortung tragen. Und es gibt viele Menschen, die vertrauen darauf, dass wir das tun, dass wir dieser Verantwortung gerecht werden. Und es ist natürlich so, CDU und CSU sind zwei Parteien, aber eine Union. Und deswegen haben wir uns im letzten Jahr sehr viel Zeit genommen, nicht nur bei dem Thema innere Sicherheit, sondern bei allen Themen, auch bei den Themen, die uns in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen werden. Migration, Nachhaltigkeit, Klimawandel, um uns zu prüfen, um zu sagen, hat die Union, also beide Unionsparteien, haben wir dieselbe Richtung. Wir haben da sechs Deutschlandkongresse gemacht und am Anfang des Jahres stand diese gemeinsame Klausur in München. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, natürlich, wir wollen uns unserer politischen Verantwortung stellen. Und wir haben Lust auf diesen Bundestagswahlkampf mit Angela Merkel. Und dass meine Partei Lust hat auf Wahlkampf, das haben wir jetzt dreimal erlebt. Ihre Partei ist die CDU, die CSU ist ja die andere Partei. Wer von Ihnen anderen, Frau Wagenknecht, Frau Suding, Herr Stegner, glaubt, dass dieser Burgfrieden hält? Über Krisen hinaus? Das ist ja inhaltsleer und dass da Erosion stattgefunden hat, das konnte man ja bildlich beobachten bei der Pressekonferenz. Die werden sich nicht einig bei einem modernen Einwanderungsrecht, was wir dringend in Deutschland brauchen. Es ist das nicht abgearbeitet mit der Flüchtlingskrise. Im Übrigen, die nächste mag wieder kommen. Und was passiert dann? Sie hätten wunderbar bei den sicheren Herkunftsländern für eine Art und Weise zustimmen können. Was passiert dann? Ich hätte jetzt nicht über Symbolpolitik, sondern ich hätte über reale Fragen. Wir haben heute gerade gehört, welche Katastrophen es gibt bei diesem Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Das überhaupt nicht im Griff ist. Mindestens 15 Prozent der Fälle sind dem Messias ein richtiges Sicherheitsrisiko geworden. Also das Zusammenkleistern von Inhaltslehrer Harmonie wird, glaube ich, noch nicht helfen am Ende. Sondern wir werden ja am Ende einen Wahlkampf bekommen, wo auch Zuspitzungen stattfinden. Sie müssen zugestehen, alle relevanten Entscheidungen, die sicherheitsrelevant sind, die Flüchtlingspolitik ist nicht nur Sicherheitspolitik. Sie hat viel mit Integration, mit Fluchtursachenbekämpfung zu tun. Sie hat viel damit zu tun, was in unserem Land ehrenamtlich geleistet worden ist. Aber gerade bei den sicherheitspolitischen Entscheidungen war die Union im Bundestag immer geschlossen. Wir mussten immer ihre Fraktion zum Jagen tragen. Wir wären an vielen Punkten weiter, wenn die SPD nicht auf der Bremse gestanden hätte, wenn sie nicht gesagt hätten, Abschiebestopp in Schleswig-Holstein. Also der Wahrheit die Ehre. Also ich würde sagen, Frau Merkel kann sich wirklich zurücklehnen, solange die SPD eben so einen Wahlkampf macht, wie Sie es jetzt wieder machen. Also Sie sitzen seit vier Jahren in der Großen Koalition, kurz vor Schluss entdecken Sie, was alles schiefläuft. Das ist nicht glaubwürdig. Sie müssen mit dem Gegenprogramm antreten. Und wenn die SPD das nicht macht, wenn sie im Grunde jetzt nur versucht, in Details sich jetzt plötzlich abzusetzen, natürlich, dass es in der Bundeswehr solche Tendenzen gibt, dass es Kasernen gibt, die noch nach Wehrmachtsoffizieren benannt sind. Das wusste man schon lange. Und es gab auch SPD-Verteidigungsminister, die sich darum nicht gekümmert haben. Oder genauso auch bei der inneren Sicherheit. Ich meine, das war ja auch völlig unglaubwürdig eigentlich, was Laschet gemacht hat. Also ich meine, die CDU hat vorher Nordrhein-Westfalen regiert. Sie hat genauso Polizei abgebaut, wie die SPD das gemacht hat. Also eigentlich ist das eben der große Konsens. Und ich glaube, Merkels Stärke ist wirklich, dass die Herausforderer, das war vorher bei Gabriel so, bei Schulz hat es sich kurz nur geändert, aber jetzt ist es wieder so, dass die Herausforderer nicht wirklich für eine andere Politik stehen, sondern sie stehen irgendwie für ein verschwommenes Programm. Keiner weiß so genau, was sie wollen. Und dann kann sie sich natürlich als Fels in der Brandung inszenieren, was sie nicht ist. Also sie hat ja dieses Land nicht sicherer gemacht. Sie hat soziale Sicherheit abgebaut. Innere Sicherheit ist nicht verbessert. Also sie hat ja gar nicht so eine tolle Bilanz, wie sie dort sie darstellen. Aber dass sie die Schwäche der SPD-Kanzlerkandidaten auch noch an Frau Merkel festmacht. Ein Frau Merkel profitiert davon. Wir steigen ein in die Inhalte. Jetzt ist es doch ein paar Mal gefallen. Herr Stegner, die SPD regiert seit 1998 tatsächlich mit kurzen Unterbrechungen. Und jetzt entdecken Sie das Thema soziale Gerechtigkeit. Und zwar genau in dem Moment, und das ist ja interessant, wo 50% der Deutschen finden, in Deutschland geht es gerecht zu. Haben Sie einfach schlechtes Timing? Das glaube ich nicht. Vielen Leuten geht es richtig gut, das ist so. Aber viele machen sich Sorgen oder sagen, manche Dinge sind einfach nicht in Ordnung. Da reden wir ernsthaft darüber, dass die Union 25 Milliarden Euro jährlich mehr ausgeben will für Aufrüstung, wo wir dringend was eigentlich tun müssten für mehr Bildung, für Familien, für Infrastruktur. Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, natürlich finden das Menschen ungerecht, wenn bei der Krankenversicherung sie nicht die Hälfte zahlen, die Arbeitgeber die andere Hälfte, Ich war wie so große Koalition, die das beschlossen hat. Es hat Beiträge von den Arbeitnehmern alleine getragen werden müssen. Oder nehmen Sie ein drittes Beispiel, den Menschen ernsthaft zu kommen mit großen Steuersenkungsversprechen, die den Besserverdienern nützen. Auf der anderen Seite aber sie hunderte von Euro Kinderbetreuungskosten tragen zu lassen. Ganz normale Familien. Und da haben Sie genau die Unterschiede zur Union. Wir werden mit diesen Unterschieden in den Bundestagswahlkampf gehen. Haben da klare Unterschiede zur Union. Die Linkspartei will uns immer überbieten an allen Stellen, aber sie wollen ja gar nicht regieren und sie können es in Teilen auch nicht. Also insofern ist der Unterschied eher zwischen der Union und der SPD. Und da werden die Bürger sich dann schon entscheiden, will ich vage Steuersenkungsversprechungen oder will ich konkrete Hilfen, die den Menschen auch was nützen. Und da gibt es schon eine Menge Ungerechtigkeit und mit der beschäftigen wir uns. Und wenn Sie glauben, Sie haben die Wahl schon gewonnen, dann ist ja alles gut. Glauben Sie an das Thema soziale Gerechtigkeit als Wahlkampfschlager, Herr Alexander? Ich glaube, das Thema ist Sicherheit. Und das ist ein sehr umfassendes Thema. Da kann man schon... Also ist das falsch? Ich glaube nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass es ihnen schlecht geht, aber die Leute haben so eine Verunsicherung, ob es ihnen weiter gut geht. Und das hat was mit sozialer Sicherheit zu tun, aber natürlich auch mit Kriminalität, mit so Sätzen. Ich meine, der Satz von Ralf Jäger, dem hier viel kritisierten Innenminister, war ja, er wäre im Fall Amri während die Behörden an die Grenze des Rechtsstaats gegangen. Und da haben viele Leute gesagt, wie, da ist jemand, der kommt als Flüchtling, der ist gar kein Flüchtling, der hat 13 Identitäten, der verkauft Drogen, der bringt Leute um und ihr sagt uns, ihr könnt das als Rechtsstaat nicht so. Riesenverunsicherung. Oder der Satz von Frau Merkel, Sie können heute keine Grenze mehr sichern. Riesenverunsicherung. Sie glauben, die innere Sicherheit ist stärker als die soziale Gerechtigkeit und trotzdem versuchen... Nein, es gibt, ich glaube, das Thema Sicherheit, deshalb, die Union spricht ja immer von äußerer und innerer Sicherheit in einem Atemzug. Und das ist klug, weil die Leute haben ein Gefühl, die Zeiten werden unsicherer und die Leute haben Recht. Und wer darauf Antworten geben kann, der findet, glaube ich, Zulauf. Und das erklärt diesen letzten Anstieg in NRW, wo die Union gesagt hat, wir bringen euch Sicherheit mit Leuten, die ihr auch, wie Herr Bosbach, aus dem Fernsehen kennt. Frau Suding, und dennoch ist es so, dass man eben auch feststellen kann, also es gibt DAX-Vorstände, die 200 Mal so viel verdienen wie der Durchschnitt der Arbeiter. Ist soziale Gerechtigkeit dann kein Thema? Ja, soziale Gerechtigkeit ist natürlich ein Thema, nur so wie es Martin Schulz angeht, ist natürlich der völlig falsche Weg. Also jetzt die erfolgreichen Reformen der Agenda 2010 rückwickeln zu wollen, also mit den Instrumenten aus dem letzten Jahrtausend die Politik der Zukunft gestalten zu wollen, ist natürlich absurd. Also es war ja ein ganz großes Verdienst von Gerhard Schröder, dass er es damals ja auch gegen Widerstände geschafft hat, den Arbeitsmarkt ein Stück weit zu flexibilisieren, Anreize zur Arbeitsaufnahme zu schaffen. Das hat ja die Arbeitslosenzahlen halbiert, die Sozialkassen konnten stabilisiert werden. Das sind ja unglaubliche Verdienste und da muss man anknüpfen, daran muss man weiterarbeiten. Das ist das, was man tun muss. Das ist das, was letztendlich auch soziale Gerechtigkeit ist. Aber das tut die Kanzlerin ja auch nicht. Die Kanzlerin, das denke ich auch, profitiert von der Schwäche ihres Herausforderers Martin Schulz, der wirklich zurück in die Vergangenheit will. Aber auch Kanzlerin Merkel ist ja niemand, die auch nur irgendeine Vorstellung davon offenbar hat, mit welchen Projekten sie denn eine gute Zukunft gestalten will. Wo sind denn Ihre Antworten darauf, wie wir den Wohlstand von morgen noch erwirtschaften wollen? Welche Antworten hat sie denn? Also es ist gerade unter Ihrer Führung in der Großen Koalition eine Rentenreform beschlossen worden, die ja keines der Probleme löst, die wir haben. Altersarmut wird nicht bekämpft. Mit der Rente mit 63 werden Unternehmen unter Druck gesetzt, weil sie ihre wertvollen Fachkräfte verlieren. Das Thema innere Sicherheit geht sich völlig falsch an. Wie kann es sein, dass wir tatsächlich aus dem Unionslager, übrigens auch aus dem SPD-Lager hören, dass man an die Grenzen des Rechtsstaats gegangen ist? Wir wissen heute, dass das nicht der Fall gewesen ist, dass man wirklich die Menschen auch belogen hat. Wir brauchen das Thema Sicherheit, aber dafür brauchen wir mehr Polizisten auf der Straße. Dafür brauchen wir keine Symboldebatten über eine scheinbare Sicherheit, indem wir unsere Bürger bespitzeln und in die Privatsphäre rauen. Das ist der völlig falsche Weg. Das sind wir bei einem genau entspannenden Punkt. Ja, ganz spannend. Das sehen Sie auch falsch. Was wir jetzt gemacht haben, die Vorratsdatenspeicherung, ist dafür ein Beispiel, wären mit der FDP nur schwer möglich. Jetzt ist doch auch Quatsch, gucken Sie doch mal nach Frankreich. Da gibt es die Vorratsdatenspeicherung und keiner der Anschläge konnte verhindert werden. Das können Sie doch nicht ernsthaft als Rezept für mehr innere Sicherheit vergessen. Ich will auch nicht über gestern reden, wir müssen ja über morgen reden. Sie haben jetzt sich auch an der Agenda 2010 abgearbeitet. Und die Kanzlerin hat auch bei ihrer Nominierung gesagt, wir müssen neugierig aufs Neue sein. Und das wird in unserem Programm eine zentrale Rolle spielen. Das Problem ist, weder die SPD noch die CDU haben Wahlprogramme schon rausgegeben. Die CDU möchte es eigentlich erst im Sommer machen, die SPD wollte das eigentlich auch. Aber jetzt kommen ein paar Dinge durch und wir wollen ein paar Dinge jetzt auf den Prüfstand stellen. Fangen an tatsächlich mit der Steuergerechtigkeit oder der Frage tatsächlich, kann man über das Steuersystem Gerechtigkeit erwirken? Welche Antworten haben die Parteien eigentlich auf diese Frage? Der Finanzminister kann sich freuen. Die öffentlichen Kassen sind so voll wie lange nicht mehr. Nach der aktuellen Steuerschätzung können Bund, Länder und Kommunen bis 2021 mit rund 54 Milliarden Euro Mehreinnahmen rechnen. Was soll damit geschehen? Wenn es nach Wolfgang Schäuble geht, gibt es für die Bürger maximal eine moderate Entlastung der unteren Einkommen in Höhe von 15 Milliarden Euro. Und was planen die Parteien unserer anderen Gäste? Die FDP will den Soli am liebsten sofort abschaffen. Keine Wiedereinführung der Vermögenssteuer und keine Verschärfung der Abschaffssteuer. Die Linke will ab einem Jahreseinkommen von 70.000 Euro den Spitzensteuersatz auf 53 Prozent anheben, ab 260.000 Euro eine Reichensteuer von 60 Prozent erheben, ab einer Million Euro Jahreseinkommen sogar 75 Prozent. Und die SPD unter Martin Schulz? In dem gestern bekannt gewordenen Leitantrag für ein Regierungsprogramm heißt es unter anderem, Vermögende sollen einen höheren Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Investitionen leisten, kleine und mittlere Einkommen entlastet und große Erbschaften stärker besteuert werden. Konkrete Steuersätze aber werden nicht genannt. Warum eigentlich nicht? Herr Stegner lächelt milde, aber tatsächlich, Herr Stegner, wenn man schon sagt, dass man besonders vermögende Bürgerinnen und Bürger einen höheren Beitrag zur Finanzierung öffentlicher Investitionen abverlangen kann, warum steht denn da nicht das Wort Vermögensteuer? Haben Sie Angst davor? Nein, so weit sind wir noch nicht. Wir sind im Augenblick dabei, und das ist ja auch solide, dass man zunächst mal sagt, welche Aufgaben sollen finanziert werden. Steuern sind kein Selbstzweck. Wir müssen was tun für Bildung, wir müssen was tun für Infrastruktur, für digitale Entwicklung. Das sind alles Sachen, die müssen bezahlt werden. Wir haben, wenn Sie mal die Erbschaftsteuer als Beispiel nehmen, wenn richtig große Millionen Vermögen vererbt werden, die Erträge sind kleiner als die von der Tabaksteuer. Das liegt nicht daran, dass die Leute so viel rauchen, sondern dass wir die Millionen Vermögen verschonen. Das, was da mit der CSU nur möglich war in der Großen Koalition, war richtiger Murks. Das mussten wir eigentlich nur deswegen machen, damit sie nicht entfällt. Nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes... Haben Sie jetzt die Gelegenheit zu sagen, was machen Sie besser? Also gibt es eine Vermögensteuer wieder eingeführt? Wir werden, wenn wir berechnet haben, was wir an unserem Programm machen wollen, was das kostet, auch sagen, wie wir es finanzieren, und zwar solide. Wir glauben allerdings nicht... Schließen Sie denn aus, dass Sie die Vermögensteuer wieder einführen wollen? Darüber diskutieren wir noch. Es kommt nicht auf die Instrumente an, ob man das mit der Erbschaftsteuer macht. Wir sind auch der Meinung, dass man bestimmte Möglichkeiten dem Fiskus sozusagen zu entrinnen. Es gibt ganz viel Steuerhinterziehung, Steuerbetrug, die nicht konsequent verfolgt wird, wo wir härter ran müssen. Es gibt ein paar andere Dinge, über die man reden kann. Und Steuern muss man natürlich sagen, für viele Normalverdiener. Wenn ich das Beispiel mit dem Soliman nehmen darf, den zahlen überhaupt nur Familien ab 4.000 Euro Familieneinkommen. Darunter zahlen die das gar nicht. Das heißt, wenn ich Menschen wirklich entlasten will, die geringe Normalverdiener sind, dann sind es in der Regel nicht die Steuern, sondern sind es die hohen Sozialbeiträge, dann sind es die, zum Beispiel eben die fehlende Parität in der Sozialversicherung, dann sind es die hohen Beiträge, die für Kinderbetreuung bezahlt werden müssen. Das belastet normale Familien. Die Steuersenkung, die Herr Schäuble hier vorschlägt, bringt sozusagen im Jahr eine Entlastung, die ist deutlich geringer als das, was die Menschen im Monat bezahlen müssen für Kinderbetreuungskosten. Und da gucken wir uns das gesamt an. Und am Ende kommen Vorschläge, vermutlich eher als die von der Union. Die Union macht das meistens inhaltsleer. Das ist schön, dass Sie immer noch einen mitgeben an die anderen, wenn Sie selber nicht die Antworten haben. Aber ich habe jetzt gehört, Sie denken noch, na, Frau Wagenknecht, können Sie dem Mann helfen, was die Vermögensteuer angeht? Hätten Sie da einen Vorschlag? Ich muss sagen, ich finde es einfach traurig. Ich meine, selbst unter einem Kanzlerkandidaten Steinbrück hatte die SPD immerhin noch so viel Rückgrat, zu sagen, wir wollen eine Vermögenssteuer wieder einführen. Und ich finde, dass das jetzt bei Ihnen so im Wagen bleibt, wahrscheinlich wird es eben auch nicht gefordert, zeigt ja, dass man nicht wirklich ran will. Ich meine, bei den Erbschaften ist es ähnlich. Die SPD hatte doch die Chance. Das Verfassungsgericht hatte die alte Regelung für verfassungswidrig erklärt. Wenn Sie jetzt in der Großen Koalition einfach nur bockig gewesen wären und hätten gesagt, diese unsägliche Reform, die Sie gemacht haben, nein, dann hätte das Verfassungsgericht mit großer Wahrscheinlichkeit die vollen Sätze erhoben. Weil das hatten die ja angedroht. Also zu sagen, wir konnten nicht besser, ich meine, Sie haben eine Regelung beschlossen, wo wirklich Milliarden Erbschaften nahezu steuerfrei weiter vererbt werden können. Ich finde das wirklich unglaublich. Und wenn Sie jetzt demnächst dann wieder mit der CDU oder mit der FDP koalieren, wird es dabei bleiben. Also Sie versprechen ja den Leuten auch Dinge, die Sie dann nicht tun. Und man muss ja wirklich sagen, also die, die in diesem Land am meisten besteuert werden, das ist die Mittelschicht. Also auch, ich meine, der Spitzensteuersatz, der fängt ja immer tiefer an. Also die Leute, die Spitzensteuersatz zahlen, die haben sich in den letzten Jahren verdoppelt. Also das sind normale Arbeitnehmer, die dort massiv besteuert werden. Die Regierung hat nichts bisher dagegen unternommen, dass große Konzerne alle scheuenen Tore an Möglichkeiten haben, sich um Steuern zu drücken. Das ist auch eine eklatante Wettbewerbsverzerrung. Weil kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, die zahlen die vollen Körperschaftssteuer. Und die Großen, die können also internationale Möglichkeiten nutzen. Und da tun sie nichts. Sie haben diese Lizenzschranke jetzt zwar ins Gespräch gebracht, für, ich glaube, 2020 irgendwann mal. Also so weit weg, dass man es nicht ernst nehmen kann. Natürlich könnte man was dagegen tun. Aber da macht die Große Koalition nicht. Weil die SPD und der SPD trauen sich auch nicht zu, dass sie dann irgendwann mal zuhinkommen. Frau Suding, also wenn es nach den Linken geht, gibt es ab einem Millionen Vermögen, denn das kann man ja nachlesen, 5% Steuern. Ist das eigentlich falsch, wenn man sich die Vermögensverteilung ansieht in Deutschland, wo man weiß, nach dem Reichtums- und Armutsbericht, 10% reiche Haushalte haben mehr als 50% des gesamten Vermögens? Also wir sind doch in einer Situation, wo die Konjunktur brummt, wo wir Rekordsteuereinnahmen haben, wo durch sehr niedrige Zinsen unglaublich große Spielräume im Haushalt entstehen. Übrigens auch zu Lasten der Sparer. Und jetzt ist es einfach mal an der Zeit, dass man den Menschen, die hart arbeiten, auch etwas dafür zurückgibt. Und deswegen auch unsere Forderung, zum einen den Soli abzuschaffen, zum anderen die kalte Progression abzuschaffen. Also den Effekt, dass bei Lohnzuwächsen aufgrund von Inflation ein höherer Steuertarif greift. Der Staat sich da also ungebührlich auch bereichert am Einkommen der Bürger. Das wollen wir jetzt endlich durchsetzen. Und wenn Herr Schäuble schon 15 Mrd. dafür vorsieht, Herr Schäuble ist ja ein Mann, von dem wir wissen, dass er lieber auf dem Geld sitzen bleibt, als es den Menschen mal zurückzugeben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass da auch 30 oder 40 Mrd. möglich sind an Entlastung. Und diese Summe möchten wir nehmen und sie den Menschen auch zurückgeben. 30 Mrd. hat Christian Lindner, Ihr Parteichef, etwa gesagt, sitzt Herr Schäuble wie Dagoberg-Dack auf dem Geldspeicher, Herr Tauber, möchte nichts da rausgeben, eine Entlastung von 15 Mrd.? Naja, also es gibt ja ein paar... Das ist die Frage und die Frage der Prioritäten. Wir haben klar gesagt, es gibt ein paar Dinge, die haben wir in den letzten Jahren gemacht, die möchten wir fortsetzen. Wir möchten nicht die Steuern erhöhen. Weder eine Vermögenssteuer einführen, noch einmal die Hand an die Erbschaftssteuer legen. Das ist eine klare Regelung. Die brauchen auch die Familienunternehmen in unserem Land. Das hat auch was mit Sicherheit und Verlässlichkeit von Politik zu tun. Wir haben auch gesagt, der Staat muss lernen, mit dem Geld, was er den Menschen mit Steuern abnimmt, auszukommen. Ausgeglichener Haushalt, keine neuen Schulen. Das muss auch in der nächsten Legislatur gelten. Und dann hat die CDU einen klaren Beschluss auf ihren Parteitag gefasst. Wir haben gesagt, wenn es dann Steuermehreinnahmen gibt, dann wollen wir die Dritteln. Wir wollen ein Drittel verwenden, um Menschen zu entlasten, vor allem die kleineren und die mittleren Einkommen. Heißt das Steuern sinken? Wir wollen ein Drittel für mehr Investitionen in Bildung und Forschung und Infrastruktur nutzen und ein Drittel, um Ausgabensteigerungen zu finanzieren, zum Beispiel bei der Sicherheit oder auch Schulden zu trinken. Wir haben in dieser Legislatur es geschafft, dass der Schuldenstand des Bundes am Ende der Legislatur 30 Mrd. niedriger sein wird. Und das heißt dann konkret auch, wir diskutieren das gerade, wir schreiben unser Programm. Wir haben übrigens das nicht alleine geschrieben, sondern wir haben Menschen eingeladen, uns Vorschläge zu schicken. Wir haben über 10.000 Vorschläge bekommen. Und da spielt das Thema Sicherheit, auch das Thema Steuern eine Rolle. Und deswegen ist die Frage, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten, eine hohe Priorität. Was heißt denn entlasten, Herr Tauber? Also können Sie für dieses erste Drittel, was Sie gesagt haben, einfach sagen, ja, wir werden da Steuern auch senken? Natürlich kann das Steuersenkungen bedeuten. Zum Beispiel durch eine Anhebung, wann der Spitzensteuersatz greift, durch die Steuerprägression sinkt dann auch die Belastung der kleineren und mittleren Einkommen durch höhere Freibeträge. Das ist alles das, was wir jetzt diskutieren. Und natürlich können Sie auch zum Beispiel gerade Familien mit Kindern entlasten, indem Sie Sozialversicherungsbeiträge senken. Und das ist eben das, was wir diskutieren. Einer der Schwerpunkte wird bei uns die Entlastung von Familien sein im Regierungsprogramm. Und das muss natürlich etwas sein, was bei den Familien ankommt. Herr Alexander, glauben Sie, die SPD wird sich den linkeren Forderungen der Linken anschließen und dann einen Kurs dahin gehen, dass es die Agenda 2010, aber dann auch in der Steuerpolitik möglicherweise da einen Partner sucht? Nein. Oder sind die nicht so verrückt? Da wäre die SPD verrückt, wenn sie das tippte. Kämen Sie vielleicht mal wieder hoch. Das Problem in diesem Land ist doch nicht, dass der Staat zu wenig Geld hat. Ich meine, das stimmt einfach nicht. Das ist in anderen europäischen Ländern so. Schauen Sie, in der Flüchtlingskrise wurden Milliarden einfach mal so gefunden. Gott sei Dank. Also der Staat hat ausgeglichene Haushalte. Wir kriegen die Infrastrukturprojekte, die es gibt, gar nicht mehr geplant. Also das Problem ist nicht, dass zu wenig Geld da wäre. Frau Wagenknecht möchte einfach bestimmte Leute mit der Steuer bestrafen. Das ist Teil dieser Politik. Das ist okay. Aber das kann die SPD sich nicht darauf einlassen. Es wäre doch schneller, Konsens zu erzielen. Wir sind in eine Situation geraten, durch die kalte Progression, wo ein Facharbeiter den Spitzensteuersatz. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das vernünftig fand. Deshalb sollte das behoben werden. Aber da sind wir einer Meinung. Ja, das sind aber alle einer Meinung. Alle einer Meinung. Aber das muss man ja gegen die Nase. Und das Zweite ist... Wo sind dann die Unterschiede? Alexander, sind dann die Unterschiede? Haben Sie die dann entdeckt? Zwischen diesem Programm, wenn alle der Meinung sind, also... Die Frage ist schon, ob man da für anderen Leuten was abknöpfen will oder ob man das aus den Überschüssen machen will. Das ist schon ein großer Unterschied. Und das Zweite ist der Solidarzuschlag. Ich meine jetzt, die Einheit ist ja nun wirklich schon ein paar Jahre her. Und es war versprochen, dass das abgebaut wird. Und zum Beispiel, dass die CDU jetzt sagt, ja, wir gucken mal ab 2020, ob wir da einsteigen können. Da sollte zum Beispiel die SPD ruhig Forscher werden. Weil es stimmt doch, dass man diese Ungerechtigkeiten, die doch jeder einsieht, dass man die korrigieren kann. Und dann kann man gleichzeitig eine Gerechtigkeitssache machen, was ihnen ja immer so wichtig ist. Und man kann ein paar Leute entlasten, die das Geld dann auch wirklich merken. Aber man muss seriös sein. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass man allen alles verspricht. Die versprechen, den Soli zu streichen. Sie versprechen, die Militärausgaben deutlich zu erhöhen. Sie versprechen... Aber das haben Sie doch auch alles. Herr Weil hat auch den Soli versprochen. Und Sie haben auch die Militärausgaben unterschrieben. Entschuldigung. Das stimmt nicht. Können die Leute bei Google recherchieren. Darf Ihnen trotzdem widersprechen? Das stimmt aber nicht. Dass wir für moderate Steigerungen im Verteidigungshaushalt durchaus zu haben sind. Aber doch niemals das, was da geredet wird, von 25, 30 Milliarden Euro jährlich mehr. Und Herr Spahn von der Union sagt, das kann man zur Not auch Sozialausgaben finanzieren. Da haben wir einen scharfen Widerspruch. Also wenn ich jetzt Donald Trump wäre, würde ich sagen, you are fake news. Dann tut mir leid, ich habe den Spahn ja schon ein paar Mal in Live erleben dürfen. Und die haben da andere Prioritäten, als wir sie haben. Wir glauben, die Prioritäten müssen in Familien gelten. Sie müssen in Investitionen in die Zukunft gelten. Und zwar bei Infrastruktur und bei digitaler Entwicklung. Das sind Dinge, die man machen muss. Aber wir wollen nicht hohe Militärausgaben haben. Das brauchen wir im Augenblick nicht. Aber die SPD-Minister, die zuständigen Waren, haben alle das 2-Prozent-Ziel in der NATO mit unterschrieben. Was ist denn eigentlich so falsch daran? Sie haben ja auch dieses Jahr die 8-Prozent-Steigerung mitgetragen. Also die steigen ja dieses Jahr schon 8%. Wenn Frau Wagenknecht und ich uns einig sind, dann... Dann muss es falsch sein. Was Frau Wagenknecht ja auch sagt, man hat das Geld, man muss es wieder. Was ist denn eigentlich so falsch daran zu sagen? Das sagt ja auch dann Herr Schulz. Vielleicht gibt es ja da eine Ebene. Wir haben das Geld. Wir müssen es einfach ausgeben. Man muss es eben dann doch wieder... Es gibt die Schulen, jeder von uns kennt marode Schulen. Es gibt eben die unterbezahlten Menschen, die zum Teil auch staatlich angestellt sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, Geld auszugeben, Herr Alexander. Was ist denn verkehrt daran? Herr Schulz hat ja von Infrastrukturprojekten gesprochen. Und Infrastrukturprojekte sind ein großer Flughafen. Sind Autobahnen, das sind Infrastrukturprojekte. Das will die SPD doch gar nicht. Wenn man das bei uns macht, dann kommen Leute und beschweren sich, dass die Mobsfledermaus weggebaggert werden muss. Das ist doch nicht unser Problem, dass wir die Infrastruktur nicht... Wir haben einen Teil der Infrastruktur nicht erhalten, vor allem in NRW. Aber das ist doch auch nicht der Kern der Probleme der Leute. Naja, doch, ein bisschen schon. Wir müssen bei Straßen, Schienen, Wasserwegen, digitaler Entwicklung, müssen wir was tun. Wir lassen ja seit langem die Infrastruktur. Und wir müssen in Bildung investieren. Das ist doch ganz eindeutig. Aber das hätten Sie in Schleswig-Holstein alles machen können. Das haben wir in Schleswig-Holstein uns getan. Reden Sie doch keinen Unsinn. Das haben wir getan. Nur die schwarze Null, von der Sie immer reden. Oder dieses Sitzen auf dem Geldsack. Das ist eben das, was für die zukünftige Generation falsch ist. Wir müssen in Bildung investieren. Denn wir haben ganz viele Jugendliche, die ohne Abschluss die Schulen verlassen. Sie müssten doch wissen, dass wir den höchsten Bildungsetat auf Bundesebene haben, den wir je hatten. Das hat Ihre Partei sogar mitbeschlossen. Also, wie man so einen Erfolg, trotz ausgeglichenem Haushalt, trotz der Investitionen, trotz steigender Ausgaben, wie man den kleinreden kann. Deswegen sind Sie da, wo Sie sind. Ich habe gelernt, dass der Grund sich beteiligen darf bei Schulen. Die wollen das nur bei den Hochschulen haben. Ich habe jetzt gelernt, dass Sie alle die mittleren Einkommen entlasten wollen. Da besteht Einigkeit. Ich habe gelernt, dass nur Frau Wagenknecht die Vermögensteuer wiederbeleben möchte. Also für wirklich große Vermögen. Wir haben das noch nicht entschieden. Wir werden über die Instrumente entscheiden. Ich habe gelernt, dass die FDP die Steuerentlastung bei 30 Milliarden eher sieht, im Gegensatz zu den 15 Milliarden der CDU. Da scheint mir zumindest eine Linie zu sein, wo man sich einigen könnte. Frau Suding, Ihr Chef Christian Lindner ist im Stern gefragt worden, Sie kommen wieder mit Steuersenkungen. Echt jetzt? Nach dem, was die FDP mit Steuersenkungen für Erfahrungen gemacht hat? Und dem, was danach passiert ist? Mit der Partei? Es bleibt ein Thema, gerade jetzt in diesen guten Zeiten, wo der Staat tatsächlich kaum weiß, wohin mit dem Geld. Und wir sehen, dass der Spitzensteuersatz von Facharbeitern gezahlt wird. Da sind wir uns alle einig. Also ist doch klar, dass wir da ran müssen. Das ist auch eine Gerechtigkeitslücke. Da müssen wir was tun. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch mehr Investitionen für die Zukunft tun. Und natürlich sind da Straßen, Brücken und Schienen, die jedes Jahr an Wert verlieren, weil wir eben nicht genug in die Instandsetzung investieren, sind da ein Thema. Aber vor allen Dingen ist es eben auch das Thema digitale Infrastruktur. Es gibt eine OECD-Studie, die besagt, dass wir im Ausbau von wirklich hochleistungsfähiger Glasfasertechnologie, also diese Netzen im Vergleich zu anderen Industriestaaten, ganz, ganz weit hinten liegen, auf Platz 28 von 32. Daran sieht man doch, dass andere Länder da viel, viel mehr tun, dass die da auch unglaubliche Wettbewerbsvorteile erlangen. Und wenn wir da in diese Sachen nicht investieren, dann werden wir unseren Wohlstand später nicht mehr erwirtschaften können. Aber das spricht doch dafür, das Geld zu investieren. Also ich muss sagen, wenn Sie jetzt die Formulierung wählen, der Staat hätte so viel Geld und weiß nicht, was er damit machen soll. Also wir haben doch heute in der Steuerschätzung, oder heute kam die Zahl, dass 300.000 Kita-Plätze in Deutschland fehlen. So und da erzählen Sie, der Staat weiß nicht, was er mit dem Geld machen soll. Wir haben ein chronisch unterfinanziertes Bildungssystem. Da ist, also wenn Sie sagen, der höchste Haushalt seit jener, die Haushalte steigen immer, weil wir haben eine gewisse Inflation, wir haben auch ein gewisses Wirtschaftswachstum. Wir haben aber im Vergleich zu anderen OECD-Ländern, sind wir eines der Länder, dass sich im Grunde die mieses bezahlte Bildung leistet. Und das ist natürlich auf Kosten unserer Zukunft. Wenn junge Leute die Hauptschule verlassen und teilweise noch nicht mal richtig rechnen und lesen und schreiben können, dann ist das ein Armutszeugnis. Und für die künftigen Zeiten mit Digitalisierung und anspruchsvolleren Jobs kann man sich so überhaupt nicht aufstellen. Das hat Frau Süding versucht zu sagen. Genau, Sie haben mich da unterbrochen. Das ist nämlich kein Widerspruch. Wir haben ja auch klare Vorschläge gemacht, wie wir den Ausbau der digitalen Infrastruktur finanzieren wollen. Wir haben gesagt, da soll sich der Bund doch bitte von seinen Beteiligungen an der Deutschen Post und an der Telekom trennen und die Erlöse in einen Fonds tun, mit dem man diesen Infrastrukturausbau finanzieren kann. Ganz kurz, also nicht Ihnen persönlich, sondern der FDP wehtun, weil natürlich das eine ist das, was man mal vor der Wahl sagt und das andere ist das, was man macht. Es gab in der Tat mit der FDP und der Frage, kann man den Staat verschlanken und kann man Steuern senken? Eine Erinnerung, die möglicherweise nicht bei allen verblasst ist. Wir gucken ein bisschen zurück und schauen in das Jahr 2009. Fast 15 Prozent holte Guido Westerwelle mit der FDP bei den Bundestagswahlen 2009. Ein historischer Höhenflug. In ihrem sogenannten liberalen Sparbuch hatte die FDP vollmundig 400 Vorschläge über Einsparungen im Bundeshaushalt gemacht. Sie wollte zum Beispiel diverse Staatssekretäre einsparen. Schon 2007 hatte Guido Westerwelle den damaligen Außenminister Steinmeier attackiert, weil dieser einen dritten Staatssekretär berufen hatte. Willy Brandt kam mit zwei Staatssekretären aus. Hans-Hydrich Genscher kam mit zwei Staatssekretären aus. Josef Fischer kam mit zwei Staatssekretären aus. Schätzen Sie sich denn so viel schwächer ein, Herr Außenminister, dass Sie jetzt einen dritten brauchen? Das ist doch einfach nur noch albern. Kaum im Amt als Außenminister aber hatte Westerwelle das vergessen. Es blieb bei dem dritten Staatssekretär. Nur eines der leeren Sparversprechen der Liberalen. Vier Jahre später flog die FDP aus dem Bundestag. Da kann man noch dazu sagen, Frau Suding, es gab dieses einfache Steuersystem mit drei Sätzen. Es gab dann eben diese Hoteliersteuer, die ist manchen in Erinnerung geblieben, die Mövenpicksteuer. Man könnte sagen, es ist schwierig sozusagen das zu realisieren, was man vorher angekündigt hat. Was sagt Ihnen, dass die FDP glaubwürdiger ist heute als damals, wenn Sie zum Beispiel wieder über eine Koalition mit der CDU nachdenken? Wir haben natürlich aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben eine ganze Menge Fehler gemacht. Das kann man auch nicht der Union alleine anlassen, obwohl die Union es natürlich gewesen ist, die, was das Thema Steuersenkung angeht, gebremst hat. Immer wenn es darauf ankommt, bremst die Union bei diesem Thema. Und kurz vor der Wahl gibt es dann wieder Versprechen, was man alles an Steuersenkung machen will. Das erleben wir auch nicht zum ersten Mal. Das ist sicherlich richtig. Dennoch haben wir eigene Fehler gemacht und wissen auch, dass wir unsere Steuersenkungspläne von 2009 hier auch nicht wieder auf den Tisch bringen wollen. Es geht uns darum, dass wir die Gerechtigkeitslücke schließen, die sich beispielsweise durch die kalte Progression ergibt. Oder den Soli, den ja alle politischen Parteien längst abgeschafft haben wollen. Und das endlich Realität werden muss, spätestens 2009, so werden die Bund-Länder-Finanzierung neu geordnet werden. Vielleicht können Sie mir helfen, Herr Alexander. Seitdem ich über Steuerdebatten etwas höre, im Fernsehen oder in Zeitungen lese, geht es immer um die kalte Progression. Und jeder sagt, wir werden sie bekämpfen. Warum passiert es dann eigentlich nicht wirklich? Wir unterschätzen, glaube ich, die institutionellen Widerstände gegen Reformen. Überlegen Sie mal, als Frau Merkel noch Kandidatin war, vor dem Jahr 2005, was haben die für ein Programm gehabt, das Leipziger-Programm? Was wurde davon umgesetzt? Die FDP haben Sie gerade schon zitiert. Es gibt eine große Beharrung. Es ist ja auch klar, wenn ein Posten einmal vergeben ist, dann hängen da Stellenpläne dran, dann hängen da Lobbygruppen dran. Es ist viel schwieriger für die Politik, zu sagen, du kriegst Geld nicht mehr, was du schon zehn Jahre kriegst, als zu sagen, wir haben was Neues für dich. Und das ist schwierig. Aber bei der kalten Progression, da waren wir ja im Amtsfeld 2009 bis 2030 auf einem guten Weg. Das ist ja im Bundestag beschlossen worden. Das ist dann im Bundestag an den Grünen gescheitert. Das muss man ja sagen, da sind wir ja durchaus einig gewesen, haben da was auf den Weg gebracht. Und die zweite Lehre ist, man sagt lieber gar nichts Konkretes, damit man nicht nachher gemessen wird. Herr Stegner zum Beispiel, Spitzensteuersatz wäre ein Teil, da hat jetzt auch die Linke gesagt, was sie will. Bei Ihnen gibt es jetzt eben den Ministerpräsidenten Weil aus Niedersachsen, der sagt, Spitzensteuersatz auf 49 Prozent. Ab 150.000 wird es das denn? Können Sie jetzt sagen, das ist eine super Idee, und wir sagen, wir werden rechtzeitig vor der Bundestagswahl das konkret sagen. Aber ich sage noch mal, Steuern sind Instrumente. Wir machen das ja nicht, um Menschen zu piesacken, sondern weil bestimmte Aufgaben finanziert werden müssen bei der Bildung, bei der Daseinsvorsorge, bei anderen Dingen. Und dann geht man hin und sagt, das ist der Betrag, den wir brauchen. Übrigens, das ist schon was anderes als bei der Union. Denn wir hatten über viele Jahre, fast in jedem Wahlkampf ist Frau Merkel gegangen mit Steuersenkungsversprechen, die dann hinterher nicht kamen. Ich finde, man muss das halten, was eine Menschen verspricht. Das ist eine Frage von Glaubwürdigkeit und das werden wir konkret vorlegen. Im Sommer verlassen Sie sich. Also wenn ich höre, dass wir bis 2021 über Steuermehreinnahmen von über 50 Milliarden reden, da sind schon 30 Milliarden ausgebend, ist übrigens über den gesamten Zeitraum, nicht jedes Jahr. Und wenn ich höre, dass Ihnen das aber noch nicht reicht, Sie würden gerne noch mehr Steuern erfinden oder neue einführen, dann bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass Herr Schäuble manchmal etwas knurrig guckt und auf die Geldsäcke ein bisschen aufpackt. Nur nicht gucken ist nicht so schlimm. Ist das so, Frau Wagenknecht? Sie sind ja am weitesten vorne, vielleicht auch deshalb, weil Sie wissen, dass Sie vielleicht nicht regieren werden, weil es so schwierig ist. Nein, im Gegenteil. Es ist ja eigentlich erstaunlich, dass die Linke die einzige ist, die wirklich ein konkretes Programm vorgelegt hat zu steuern. Also wir haben gesagt, wir wollen Menschen bis 7100 Euro Monatseinkommen entlasten. Und wir wollen natürlich, je mehr einer verdient belasten, wobei wir vor allen Dingen auch diese Ungerechtigkeit beseitigen wollen, dass Kapitaleinkommensbezieher viel weniger besteuert werden. Und wir wollen eben an die Vermögen, an die großen Vermögen, an die großen Erbschaften ran, weil das einfach eine riesige Ungerechtigkeit ist, dass dem einen Milliarden in die Wiege gelegt werden. Und die Kinder aus ärmeren Familien haben noch nicht mal irgendwie Schulen, in denen sie auch nur die mindesten Chancen auf Bildung haben. Und das ist einfach, das kann sich so bleiben. Glauben Sie, Sie finden einen Koalitionspartner, der mitgeht bei dem Spitzensteuersatz von 75 Prozent ab einer Million Einkommen? Ja, ich meine, alle haben sich jetzt aufgeregt, oder zumindest fast alle außer der FDP, glaube ich, dass Manager teilweise auch ohne eigene Leistung irre Einkommen beziehen. Und dann wird darüber diskutiert, was können wir denn dann machen? Dann haben Sie diesen glorreichen Vorschlag, die sollen das nicht mehr steuerlich absetzen können, die Konzerne. Das juckt die überhaupt nicht. Das ist so ein kleiner Posten. Und natürlich ist es schwierig, eine Aktiengesellschaft vorzuschreiben, wie sie ihre Manager bezahlt. Aber natürlich kann man diese hohen Einkommen auch einfach hoch besteuern. Das ist das Recht des Staates. Und wer eine Million, mehr als eine Million, im Jahr verdient, also das heißt verdient, ist die Frage, bekommt, der sollte auch entsprechend hohe Steuern bezahlen. Und diese Jammerei, dass das dann nicht so ginge. Ich meine, wir besteuern heute Leute, die 1.140 Euro bekommen. Die sind in der Spitze bei 25 Prozent. Die wissen mit ihrem Einkommen überhaupt nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren sollen. Da greift der Staat schon zu. Deswegen wollen wir auch die Freibeträge deutlich erhöhen. Weil ich finde, bei so niedrigen Einkommen, da kann man nicht von leben. Da darf nicht noch der Staat was wegnehmen. Aber dann muss man es gegenfinanzieren. Also diese Versprechen immer alle entlasten, aber nicht sagen, wo man das Geld dann herholt. Das ist einfach unseriös. Vielleicht werden wir es noch hören. Also Sie kommen mit Ihren Steuersätzen wann rüber, die CDU? Wir beschließen unser Programm Anfang Juli. Und Sie kommen mit, wann sind Sie fertig mit der Diskussion über Spitzensteuersatz, Einkommensteuersatz? Ich gehe davon aus, dass es bei uns auch Ende Juni, Anfang Juli. Gut, meine Damen und Herren, bis dahin müssen Sie sich gedulden, was häufig jetzt aber in der Debatte stärker wieder zum Tragen kommt. Da überbieten sich gerade alle. Komischerweise ist tatsächlich das Feld innere Sicherheit. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass da vor einer Zeit eine Million Menschen zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und tatsächlich seitdem auch die Frage des Sicherheitsgefühls ein großes Thema ist in Deutschland. Herr Alexander, wenn zu diesem Zeitpunkt Bundestagswahlen gewesen wären, hätte Angela Merkel haushoch verloren? Ich glaube in jedem Fall. Deshalb hat sie ja auch ihre Politik angepasst. Also das Narrativ der offenen Grenzen und der humanitären Großtat ist ja nach wie vor aufrechterhalten. Sie geht ja keine Zentimeter zu. Es wurde ein Asylpaket 1 gemacht, es wurde ein Asylpaket 2 gemacht, es wurden die Gesetze geändert. Also da hat sich ja was verschoben. Und als sich Frau Merkel auf dem CDU-Parteitag um die erneute Kandidatur beworben hat, hat sie zwei interessante Sätze gesagt. Sie hat gesagt, 2015 bleibt eine humanitäre Großtat. Und dann hat sie gesagt, die sich niemals wiederholen darf. Und das ist die Geschäftsgrundlage ihrer neuen Kanzlerkandidatur. Und auch nur deshalb funktioniert diese interessante Aufstellung, dass man einerseits sich als Kanzlerin der Flüchtlinge inszeniert. Und da kommt die SPD und die Grünen ja nicht dran vorbei, obwohl sie gerne wollten. Und andererseits mit Herrn Bosbach und anderen Leuten aufs Spielfeld setzt, die für einen ganz anderen Kurs stehen. Und diese, Frau Wagenknecht, ich würde vielleicht sagen Dialektik, die funktioniert natürlich nur so lange, wie nicht wieder so viele Flüchtlinge kommen. Also solange der Erdogan-Deal funktioniert und die Balkanroute geschlossen bleibt. Und auch übers Mittelmeer die Leute erstmal nur in Italien stranden und da bleiben. Frau Wagenknecht, Sie waren eine der wenigen, die tatsächlich diesen Zusammenhang auch öffentlich thematisiert haben. Sie haben eine Formulierung verwendet, die sagt, also Frau Merkel ist mitverantwortlich für den Berlin-Anschlag. Sie haben hinterhergeschoben in mehreren Hinsichten. Warum ist das Thema trotzdem tabu, dass man sagt, man darf das eine mit dem anderen nicht verbinden und der Kanzlerin auf offener Bühne dann nicht einen Vorwurf draus machen? Ich finde, eine Regierung ist immer mitverantwortlich, wenn Probleme im Sicherheitsbereich entstehen. Natürlich sagt niemand, es gibt hundertprozentige Sicherheit. Aber dass wir zum Beispiel Anschlagsziel überhaupt geworden sind, das hat ja mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr zu tun, zum Beispiel in Syrien. Also wir haben damals gegen den Syrieneinsatz gestimmt im Bundestag und haben neben anderen Argumenten auch angeführt, und da bin ich auch fest überzeugt, dass wir durch solche Einsätze uns natürlich zur Zielscheibe solcher Terroristen machen. Es gibt ja einen engen Zusammenhang zwischen den Kriegen, die NATO-Staaten in dieser muslimischen Welt führen und dem Erstarken des Terrorismus. Sie haben es ja auf den Atemstädter von Berlin genannt. Ja, sicher. Es gibt ja auch noch mehr Zusammenhänge. Wir haben seit Jahren eben zum Beispiel die Sicherheitsbehörden abgebaut, die Polizei abgebaut. Ich meine, wir haben jetzt das Phänomen, dass das BAM völlig überfordert war. Und es war nicht so unvorbereitet. Es gab ja vorher Analysen, die gesagt haben, es kommen so viele Flüchtlinge. Also es war nicht so, dass das plötzlich auf der Tagesordnung war. Das heißt, man hätte vorbereiten können. Und sie hat natürlich eine Situation zugelassen, die einen völligen Kontrollverlust des Staates bedeutete. Und das hat viele Leute extrem verunsichert. Und danach hat man Gesetze nachgeschärft, teilweise die gar nichts mit der damaligen Situation zu tun hatten. Also dass jetzt zum Beispiel Menschen abgeschoben werden, teilweise die seit Jahren in Deutschland leben, die gut integriert sind, werden nach Afghanistan abgeschoben unter dem Vorwand, also es gab damals diese Flüchtlingssituationen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also sie hat natürlich jetzt auch Dinge gemacht, die man überhaupt nicht rechtfertigen kann als Reaktion auf ihre damaligen Fehlentscheidungen. Und ich finde, da hat sie wirklich in Größenordnungen versagt. Also wenn man Integration auch gelingen lassen will, dann muss man natürlich da auch ganz andere Voraussetzungen schaffen. Und wir haben ja schon Probleme mit misslingender Integration, selbst bei denen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben. Also wir haben ja Wohngebiete, da ist in der ersten Klasse die Hälfte der Schüler kein Deutsch und anderes. Bei der Sicherheit und nicht der Integration, da würde ich gerne dabei bleiben. Herr Tauber, Sie haben Frau Wagenknecht unheimlich scharf angegriffen. Sie haben gesagt, Petri und Wagenknecht sind das doppelte Lottchen des Populismus, als sie diesen Zusammenhang zwischen dem Anschlag in Berlin und der Kanzlerin gemacht hat. Wo ist denn da der Unterschied zu Horst Seehofer, der von der Herrschaft des Unrechts gesprochen hat? Also zumindest mein Vergleich hat Frau Wagenknecht ja eben eindrucksvoll bestätigt. So redet sonst die AfD, wie Sie hier gerade geredet haben. Also Herr Tauber, also die AfD redet nicht darüber, aber was man tun muss, damit Integration gelingt, sondern die AfD sagt, wir müssen alle wegschieben. Frau Wagenknecht, Sie können sich wegschieben. Sie haben auch mit der Angst von Leuten gespielt im Wahlkampf und auch Oskar Lafontille hat das gemacht. Ich habe Ihnen aber in Ruhe zugehört. Jetzt wäre Herr Tauber dran. Deswegen, glaube ich, Ja, aber wenn jetzt solche Sachen kommen, also das finde ich jetzt wirklich unter der Gürtel. Ich habe eine Frage nach Horst Seehofer. Die Union als Volkspartei und jetzt als Regierungsverantwortung muss eben beides tun. Natürlich müssen wir uns fragen, wie können wir ein größtmögliches Maß für Sicherheit für Menschen in unserem Land erreichen? Ganz die Frage war das nicht, Herr Tauber. Doch, das ist, dass beides zusammen gehen muss. Dass man einerseits in einer extremen Situation... warum darf denn Herr Seehofer der Frau Merkel vorwerfen, dass sie die Herrschaft des Unrechts etabliert und Frau Wagenknecht darf das mit anderen Worten nicht? Ja, so habe ich es auch wirklich nicht gesagt. Also nochmal, wir müssen immer beides machen. Wir müssen Menschen in Not helfen, aber wir müssen gleichzeitig fragen, tun wir das Bestmögliche, um Sicherheit für die Menschen in Deutschland zu erreichen. Und gerade bei dem ersten Punkt haben die Bayern und auch die bayerische Staatsregierung übrigens bei der Hilfe für Flüchtlinge Erstaunliches geleistet. Übrigens geht das auch noch weiter. Angela Merkel ist jetzt in Haltern am See bei einer Kundgebung von Bürgern begrüßt worden mit dem Plakat Wir schaffen das immer noch. Es gibt eine große Bereitschaft von Hunderttausenden in unserem Land Menschen in Not zu helfen. Und dieselben Menschen erwarten, dass wir genau prüfen, wer kommt da eigentlich? Dürfen die überhaupt da bleiben, weil sie wirklich vor Krieg und Verfolgung fliehen. Und deswegen ist das, was Herr Alexander beschreibt, gar kein Widerspruch, sondern eine logische Folge. Nach dieser Situation um die Jahreswende 2050-16 haben wir alles getan, damit es sich nicht nur wiederholt, aber nicht nur innenpolitisch, sondern auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen. Deswegen die Reise der Kanzlerin nach Afrika. Eine andere Form der Entwicklungszusammenarbeit, die wir brauchen, wird auch in unserem Regierungsprogramm eine Rolle spielen. Sind wir uns auch einig mit der CSU und dem Entwicklungsminister? Beides gehört am Ende des Tages zusammen. Okay, Herr Stegner sitzt im Glashaus, deswegen dürfen Sie jetzt nicht werfen, weil die NRW-SPD gerade mit dem Innenminister Jäger bewiesen hat, dass die SPD innere Sicherheit auch nicht kann. Die Silvesternacht und eben dann der Attentäter, der Auslander bezahlen kann. Das beteiligt auch der Bundesinnenminister übrigens. Also insofern, das ist nicht wahr, das dem einen zuzustimmen. Ich würde nur sagen, man muss Frau Merkel für das kritisieren, woran sie kritisieren sollte, nicht für die humanitäre Aktion. Da teile ich das überhaupt nicht. Wobei die Vergleiche von Herrn Tauber, der hat auch den Lindner mit Gauland verglichen, die müssen nicht immer stimmen. Aber der Teil jedenfalls zu sagen, dass sein Sicherheitsrisiko aus die Menschen gekommen sind, das ist nicht der Punkt. Das war eine humanitäre Hilfe, die notwendig war. Was allerdings in diesem Bundesamt passiert, das ja über Jahre versagt. Der Demisier kriegt das überhaupt nicht in den Griff. Überhaupt nicht. Und das mit den mehreren Identitäten von dem Amri, der ist ja vor der Flüchtlingswelle gekommen. Wir haben darüber gesprochen, dass endlich der Datenabgleich passieren muss. Ja, ich wollte damit nur sagen, wie das der Datenabgleich endlich passieren muss. Das haben die Länder angefangen. Malu Dreyer hat damit begonnen. Nordrhein-Westfalen ist damit begonnen worden. Da hat das im Bund immer noch nicht geklappt. Da haben die noch Disketten verschickt, wie vor 20 Jahren. So ist das gewesen. Und es ist auch heute noch so, dass dieses Bundesamt nicht funktioniert. Und die Verknüpfung von Flüchtlingen mit Sicherheit ist deswegen falsch, weil sie zu dem beiträgt, was ja auch Herr Seehofer jeden Tag macht, sozusagen die Ressentiments anzuschieben. Damit erwehrt man sich mit den Rechtspopulisten nicht. Sondern ich finde, man muss den Menschen helfen. Man darf sie auch nicht in Gebiete zurückschicken, die unsicher sind. Aber die Sicherheit heißt eben zum Beispiel, dass ich für Datenabgleich sorge. Und an einer Stelle ist es doch klar. Übrigens, die ersten Anstiege waren in Bayern, um das mal zu sagen. Auch das ist ja ein Punkt, den man feststellen muss. Aber der Punkt ist so der, wir müssen uns darauf verständigen, dass zum Beispiel Gefährder, das war ja der konkrete Fall, über den wir reden im Dezember. Dass die eben in Abschiebehaft bleiben und auch zurückgeschoben werden, auch wenn die Länder, aus denen sie kommen, ihnen die Papiere nicht geben. Ich bin gegen Abschiebehaft für normale Flüchtlingsfamilien, aber bei Gefährdern, bei Gewalttätern bin ich sehr wohl dafür. Denn die Menschen haben Anspruch darauf, dass ein Großteil der Flüchtlinge, die nichts Böses im Schilde führen, sondern Hilfe suchen, die geflohen sind vor solchen Menschen, dass die nicht in einen Topf geworfen werden mit den wenigen, die kriminell sind, die Gewaltkriminelle sind, die uns gefährden. Und da muss konsequent gehandelt werden. Und da sehe ich überhaupt nichts, da sehe ich überhaupt nichts bei dem Bundesinnenminister. Und das mit der Bekämpfung der Fluchtersachen, wenn ich auch das nochmal sagen darf, das funktioniert doch auch nicht. Wir müssen doch ernsthaft drüber reden. Müssen wir nicht die Entwicklungszusammenarbeit verbessern. Sollen wir Waffen liefern in Kriegsgebiete und Diktaturen? Das sind Punkte, über die gesprochen werden muss, wenn man über Bekämpfung. Bei der Peschmerga, Sie sind also dagegen, den Peschmerga Waffen zu liefern, damit Sie sich gegen den IS verteidigen können? Ich habe damals im Präsidium der SPD dagegen gestimmt, weil ich der Meinung gewesen bin, da war ich allerdings auch in der Minderheit. Das räume ich ein, dass in der Regel die Waffenlieferungen nicht das sind, die geraten dann in andere Hände. Das haben wir im Irak gesehen, die wirklich Hilfe bringen. Von den Peschmergern sind. Aber Konflikt, Konfliktminimierung, das sollten wir tun. Und das ist der Kernsatz der deutschen Außenpolitik. So, das ist die Außenpolitik. Wir wollen auf die innere Sicherheit kommen und schauen, was die Parteien anbieten. Denn auch da ist es noch ein bisschen nebulös, Herr Tauber. Also Sie haben jetzt drei große Themen. Innere Sicherheit ist eins. Die Bild-Zeitung war es heute schon, was in Ihrem Wahlprogramm stehen wird und sagt bei innere Sicherheit mehr Schleierfahndung. Also nicht nur an den Grenzen, sondern das erinnert die Älteren unter uns vielleicht noch an die RAF-Zeiten. Weiß ich nicht, ob Sie das meinen. 10.000 Bundespolizisten bis 2020 mehr. Mehr verdeckte Ermittler, mehr Brennpunktkontrollen, beschleunigte Rückführung. Intensivtäter sollen also Mindesthaftstrafen bekommen, die höher sind. Das ist das Programm, was Sie jetzt vorhaben. Und Herr Demesier, ist der Richtige, um das zu tun? Absolut. Es ist ja auch mit ihm gemeinsam erarbeitet worden. Es ist ein Papier eines unserer Parteigremien, fließt jetzt in die Arbeitsverstellung des Regierungsprogramms ein. Und die Schleierfahndung ist ein gutes Beispiel. Nordrhein-Westfalen ist eines der Bundesländer, das sie bis jetzt nicht hat. Das wird Armin Laschet ändern. Und es ist ein gutes präventives Instrument zur Kriminalitätsbekämpfung. Aber Herr Tauber, der Kern, den wir brauchen, sind nicht ständig neue Gesetze, sondern mehr Polizei. Das hat übrigens die SPD in der Bundesregierung gegen den Widerstand durchgesetzt. Sie wollten das gar nicht. Aber es nützt Ihnen nichts, wenn Sie den Polizisten nicht die Instrumente geben. Sie führen Debatten über Leitkulturen, statt sich darum zu kümmern, dass wir genügend Polizei haben. Sie reden über Bundeswehreinsatz im Innern, anstatt die Polizei ordentlich auszurüsten. Sie wollen 1.000 Polizisten mehr auf die Straße schicken und geben Ihnen eine Zwille in die Hand. Das funktioniert nicht. Sie müssen die Polizei auch sicherheitstechnisch so ausstatten, bei der Datennutzung etc., bei der Einbruchskriminalität. Wie lange hat es gedauert, bis Sie sich da jetzt bewegt haben, dass wir auch Funkzellen auswerten können, um Einbrecher bannen, professionelle Bannen zu fangen? Die SPD hat ja auch was vorgelegt. Da gibt es ja auch dieses Papier, ebenfalls bekannt geworden. Da steht so etwas wie, die Gegner unserer offenen Gesellschaft haben sich neu formiert in unterschiedlichen terroristischen und extremistischen Bewegungen. Deshalb werden wir mit aller rechtsstaatlichen Härte gegen Terror und extremistische Gewalt vorgehen. Wo es notwendig ist, verschärfen wir die Gesetze zur Bekämpfung von Terror und Gewalt. Gerade haben Sie gesagt, Gesetze verschärfen bringt nichts. Nein, ich habe gesagt, wo ist notwendig, tun wir das. Aber diese ganze Katalog von Gesetze... Wo ist es denn notwendig, Herr Stegner? Zum Beispiel, wenn wir nicht in der Lage sind, jemanden in Abschiebehaft zu halten, von dem wir wissen, dass er gefährder ist und Menschen gefährdet. Weil der nämlich nicht Flüchtling ist, der geschützt werden muss, sondern uns bedroht. In solchen Dingen muss man das verschärfen, denn der ist ja damals nicht in Abschiebehaft genommen worden, weil es kein Richter gegeben hat. In Baden-Württemberg war das, der gesagt hat, auf der Basis gelten rechts geht das. Es gibt neue Erkenntnisse heute. Also ohne Probleme in Haft genommen werden. Ich rede jetzt über das, was der Richter entschieden hat. Dann entscheiden wir uns ja Gerichte. Die haben gesagt, wenn die Abschiebung nicht durchgesetzt werden kann, innerhalb weniger Wochen, dann nehmen wir den nicht in Haft. Solche Dinge zu verändern, übrigens Vorschläge dazu hat es gegeben von Heiko Maas, die werden auch verändert. Aber diese ganze Kanonade von Gesetzesverschärfung, die finde ich ist deswegen falsch, weil das Kernproblem ist, genügend Polizisten zu haben und nicht schärfere Gesetze. So, Frau Suding hatte Widerspruch angemeldet. Im Fall Anis Amri, da ist es doch so, man hätte ihn natürlich in Haft nehmen können. Das war jemand, der hat, Sie haben es gesagt, unter 14 verschiedenen Identitäten Sozialbetrug begangen. Man wusste, er hat Kontakte zum IS. Man wusste, der hat hier eine schwere, eine staatsgefährdende Straftat vor. Das sind ja alles ausreichend Gründe gewesen, um ihn in Haft zu nehmen. Man hat das einfach nicht getan. Das heißt, die Gesetze sind da, Ihrer Meinung nach, Frau Suding, und einer Gesetzesverschärfung, die von beiden Parteien jetzt in unterschiedlicher Stärke dann angesagt wird für die Bundestagswahl, gehen Sie nicht mit. Das ist eine scheinbare Sicherheit, die da vorgegaukelt wird. Auch das Thema Vorratsdatenspeicherung, Schleierfahndung, das ist eine scheinbare Sicherheit, die Sie da produzieren. In Frankreich gibt es die anlasslose Vorratsdatenspeicherung und trotzdem konnte keiner der Ankläge verhindert werden. Die Polizei mag beim Gipfel in Elmau, was dort mittels der Schleierfahndung Was wir brauchen, sind tatsächlich mehr Polizisten. Darüber reden wir schon sehr, sehr lange. Und die müssen wir natürlich personell und sachlich vernünftig ausstatten. Die müssen wir auch von Verwaltungsaufgaben entlassen, damit sie wirklich ihre originären Aufgaben auch wahrnehmen können. Das ist ja absolut richtig. Mehr Polizisten sagt sogar die Linke, wenn ich das richtig sehe. Wir haben immer kritisiert, dass sie abgebaut wurden. Das Problem bei der Flüchtlingskrise war doch nicht, dass wir die falschen Gesetze gehabt hätten. Das Problem war, dass wir die nicht angewandt haben. Also es gab eine Situation, die, gebe ich ja zu, eine ungewöhnliche Situation war. Und in der Situation wurde nicht mehr an der Grenze registriert. Da wurde durchgewunken. Und da wurde die Bundespolizei angewiesen, eben nicht an der Grenze die Leute zurückzuweisen. So. Und dann hatten wir eine Situation, bis zu den Pariser Anschlägen, wo ein Teil der Flüchtlinge nur einen Fragebogen ausfüllen mussten. Und dann kam Herr Weise, das war ja gar nicht Herr Demisier. Also mir tut das immer so leid, dass Herr Demisier jetzt für alles verantwortlich gemacht wird. Und es gab ja in der Flüchtlingskrise eine Entmachtung von Herrn Demisier. Da wurde ja Altmaier als Flüchtlingskoordinator eingesetzt. Der macht ja jetzt das Wahlprogramm. Da gab es eine Stabsstelle im Kanzleramt. Und da gab es Herrn Weise. Und da wurde sozusagen ein Strang eben am Innenministerium vorbeigebaut, wo das alles abgewickelt wurde. Und da wurde gesagt, lass uns das alles möglichst schnell bearbeiten. Und das war das Problem. Und deshalb kann man darüber reden, ob man die Polizei besser ausschützt. Man kann über Gesetzesverschärfungen reden. Das ist alles nicht falsch. Aber der Kern war, dass bestehende Regeln eine Zeit lang nicht angewendet wurden. Daraus lässt sich ja kein Wahlprogramm machen. Und trotzdem sagen Sie, die Sicherheit ist das entscheidende Thema. Also wenn jetzt Gesetzesverschärfungen, Schleierfahnden und alles gesagt wird, was ist das denn dann? Schauen Sie, was hat Horst Seehofer gemacht? Horst Seehofer hat gesagt, ich schicke Joachim Herrmann nach Berlin und der wird mein Innenminister. Das wäre so eine typische starke Seehofer-Behauptung. Niemand vorher gefragt. Aber das ist ja das Versprechen, ich passe diesmal als CSU-Mensch auf oder ich schicke jemanden, der aufpasst, dass sich das nicht wiederholt. Und damit spricht er natürlich dieses an, dass die Leute sagen, warum wurden denn die Gesetze damals nicht angewandt? Wir müssen nur an einer Stelle bitte aufpassen. Wir reden jetzt ständig über die Verbindung von innerer Sicherheit und Flüchtlingen. Und erstens ist das Thema Flüchtlingspolitik viel komplizierter. Und auch das Thema innere Sicherheit dreht sich ja längst nicht nur um Flüchtlinge, Einbruchskriminalität. Das Gefühl ist die Polizei Präsenz. Das hat nichts mit Flüchtlingen zu tun, sondern zunächst auch mal was mit dem ganz normalen Sicherheitsempfinden von Menschen. Ist der Staat da, ist er präsent? Und wir haben lange auch über einen schlanken Staat geredet. Das war ja auch immer ein Motto der FDP. Ich glaube, wir müssen uns noch mal ernsthaft fragen, haben wir einen effizienten Staat? Kann er die Aufgaben, wir erledigen uns erledigen? Dafür müssen Sie aber Prioritäten setzen. Und das tun Sie nicht. Sie wollen unschuldige Menschen anlasslos überwachen. Auch das, wenn Sie diese riesen Datenberge produzieren, dann brauchen Sie auch Ermittlungspersonal, das sich durch diese Datenberge frisst. Das ist doch viel, viel besser, denn wenn wir erkannte Gefährder lückendes überwachen, da hören wir doch, dass angeblich nicht genug Personal dafür da ist. Da muss doch die Priorität gesetzt werden. Man muss die sogenannten Gefährder, die können Sie auch nicht alle wegschließen. Im Rechtsstaat können Sie nicht aufgrund einer Verdachtslage jemanden direkt wegschieben. Aber die müssen Sie lückenlos überwachen. Es gibt ja auch Gefährder, die man gar nicht abschieben könnte, weil das schlicht undurch Staatsbürger sind. Aber genügend Polizei, das ist ja der Punkt über den Regeln. Dass man den Staat ja immer mehr abgebaut hat. Und ich finde, das Ganze, diese Unsicherheitssituation, die ist natürlich ein Ergebnis einer jahrelangen Kaputschbar-Politik. Aber sie ist auch, wenn wir jetzt nicht von Terrorismus reden, sondern wirklich von Kriminalität und Unsicherheit, sie ist natürlich auch Ergebnis der sozialen Veränderung. Eine Gesellschaft, die sich sozial immer mehr spaltet, wo es immer mehr Ungleichheit gibt, wo immer mehr Abgehängte da sind, da wächst die Kriminalität. Das ist überall so. Das können Sie international besichtigen. Also insoweit hat soziale Sicherheit und innere Sicherheit ganz direkt miteinander zu tun. Wenn Sie soziale Sicherheit zerstören, wenn Sie eine Gesellschaft zulassen, wo Menschen wirklich entwurzelt sind, wo sie keine Chance haben, sich einen ordentlichen Lebensunterhalt zu verdienen, da wächst dann auch Kriminalität. Und da ist deswegen die einseitige Debatte jetzt nur zu sagen, ich bin ja auch dafür, mehr Personal, mehr bessere Ausstattung der Polizei, alles richtig. Aber das alleine, das führt nicht zu wirklicher Sicherheit. Das ist einfach eine Lüge, wenn man das verbreitet. Sie müssen alle dann irgendwann mal sagen, wie Sie die Polizisten finden und wo Sie die finden und wie Sie die bezahlen. Das werden Sie alles in Koalitionsverhandlungen machen. Ich würde gerne ganz kurz eine Fragerunde machen, weil wir vieles nicht besprechen können und mich trotzdem interessiert, wer von Ihnen eigentlich zueinander passt oder nicht. Wenn Sie so nett wären, ein paar Themen, die wir nicht streifen können, mit Ja oder Nein zu beantworten. Und zwar in der Reihenfolge. Wiedereinführung der Wehrpflicht, Ja oder Nein? Nein. Nein. Ja oder Nein, Frau Wagenknecht? Ich weiß, Sie können mehr? Also ich glaube, in der jetzigen Situation natürlich nicht. Nein. Die Bundeswehr raus aus der Türkei, Ja oder Nein? Das können wir nicht machen. Nein. Ja, aber man kann nicht pauschal Nein sagen, wer weiß, wie die Entwicklung weitergeht. Das ist ein NATO-Partner. Sie können das nicht einfach so tun. Wir sind nicht in der Türkei wegen der Türkei, sondern wegen der Bekämpfung des IS. Und von wo aus man das macht, muss man prüfen. Also ich höre ein kompliziert, ein kompliziert sofort raus. Also es ist eine Parlamentsarmee, wir können die Soldaten nicht besuchen. Absolut. Es ist eine Parlamentsarmee, die Abgeordnete müssen die Soldaten besuchen. Also ja. Warum denn noch alles passiert in der Türkei? Den Doppelpass wieder abschaffen. Das wäre ja der Gipfel da. Also ein Nein mit Sternchen? Da werden wir im Programm eine klare Aussage machen. Es gibt einen Vorschlag des Bundesinnenministers, es gibt einen Vorschlag des Bundesinnenministers, der angelehnt ist. Sie dürfen sagen, ich weiß nicht, Herr Tauber, wäre das eine Möglichkeit für jetzt? Dann ist Frau Merkel nicht zufrieden. Ich weiß auch nicht. Oder sagen Sie doch, was Ihr Parteitag beschlossen hat. Gegen Frau Merkel. Das ist schade, ich darf ja eigentlich nur kurz antworten. Ich glaube, das Thema löst nicht die grundsätzliche Frage der Loyalität zu unserem Land. Es ist aber wichtig. Ein Jein, Frau Wagenknecht. Doppelpass abschaffen, ja oder nein? Es löst nicht das Problem gescheiterter Integration. Im Gegenteil, es verschärft es. Also nein. Ich finde, man muss Integration gestalten. Dann wollen die Leute irgendwann hoffentlich gar keinen. Also ich beantworte die Frage nicht. Ja, also ich meine, dass es doch so viele gibt, die sich offensichtlich, obwohl sie hier geboren sind, in Deutschland nicht zu Hause fühlen. Das hat doch andere Ursachen als den Doppelpass. Das verstehe ich alles, aber man kann ja erst mal sagen... In der jetzigen Situation, wenn man ihn abschafft, hat man nichts gelöst. Frau Suding. Nein, der darf nicht abgeschafft werden. Es muss im Gegenteil sogar noch mehr Möglichkeiten geben für Menschen, die zu uns kommen, den Doppelpass zu haben. Auf der anderen Seite muss dann in der Enkelgeneration auch mal Schluss sein mit dem Vererben. Das ist ja eine klare Antwort. Ja zur Homo-Ehe? Ja, selbstverständlich. Haben wir eine klare Beschlusslage, nicht in dieser Legislatur. Aber die ist ja gleich zu Ende. Die Beschlusslage heißt nicht in dieser Legislatur? Wir haben einen Koalitionsvertrag, an den halten wir uns. Aber wie ist es in der nächsten? Und es ist nicht die entscheidende Frage für das nächste Regierungsprojekt. Aha. Okay, auch eine Antwort. Also keine Antwort, Frau Wagenk. Ja, natürlich. Ja, natürlich, selbstverständlich. Okay, es gibt unterschiedliche Koalitionsprojekte. Meine persönliche Meinung kennen Sie da. Ich vertrete als Generalsekretär den Beschluss meiner Partei natürlich an dieser Stelle. Ich glaube, General, mehr als Sekretär in dieser Frage. Die letzte ist ein bisschen knifflig. Da müssen Sie nicht Ja oder Nein sagen, aber Sie können sagen, unterschreiben Sie den Satz, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ist mir zu verkürzt. Wir müssen dem Nationalismus eher entgegenwirken. Der ist das Problem in Europa. Also eher Nein. Aber natürlich lebe ich gerne in diesem Land. Das ist ein tolles Land. Aber das definiert sich nicht durch die Nationalfarbe. Sie haben mal geschrieben, ich bin stolz auf Schwarz-Rot-Gold. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, ein Hesse und ein Europäer. Frau Wagenknecht. Ich finde, man sollte stolz auf eigene Leistungen sein, auf einen eigenen Beitrag. Da kann man immer stolz sein. Aber stolz, in welches Land man geboren wurde, damit kann ich nicht allzu viel ein. Frau Suding. Ich bin stolz auf die Leistungen dieses Landes und ich lege Wert darauf, dass wir alles tun, damit wir jetzt die Rahmenbedingungen setzen, dass wir auch in Zukunft noch stolz sein können. Herr Alexander, dieses letzte Thema, das hat etwas mit Identität zu tun. Manche würden auch Leitkultur drüber schreiben. Glauben Sie, das wird ein Thema in diesem Bundestagswahlkampf, wo die Unterschiede größer werden? Da habe ich letzte Woche erst mal eine Meinung geändert. Ich war früher immer der Meinung, dass es eine komplett virtuelle Debatte ist. Aber jetzt hat die Staatsministerin im Kanzleramt von der SPD, Frau Oesus, schreibt in einem Beitrag, es gibt keine spezifisch deutsche Kultur. Und das ist ein so ungeheuerlicher Satz. Wenn ein französischer Politiker sagen würde, es gibt keine französische Kultur, da würde er lachstürmen. Oder wenn ein Amerikaner sagen würde, there's no American way of life. Das ist ein absolut absurdes Statement. Und ich glaube, durch die Ereignisse von 2015, die eine große Verunsicherung ausgelöst haben, kommen diese Debatten wieder hoch und können nicht so beantwortet werden, es gibt keine deutsche Kultur. Entschuldigung, das ist etwas anderes mit gemeint. Die Aussage sollte heißen, wir haben unsere Grundrechte, unser Grundgesetz. Dann hätte ich das ja so sagen können. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Unser Problem ist doch nicht die Vielfalt in Deutschland, sondern die Einfalt. Und insofern, es geht um die Grundrechte für alle Menschen. Herr Alexander, Sie sind... Wir haben darüber letzte Woche ausgiebig diskutiert, und deswegen machen wir es heute nur kurz. Herr Alexander, Sie haben jetzt sowohl die Standpunkte zum Thema innere Sicherheit, Steuerpolitik, soziale Gerechtigkeit angerissen, aber zumindest soweit man es heute klären kann, gehört. Und die letzten Fragen, wo sind denn die Koalitionen? Ich frage das bewusst nicht, die hier Sitzenden, weil dann wird wieder alles ausgeschlossen. Wo sehen Sie sie denn? Ich glaube, wir haben eine ganz drollige Situation diesmal. Frau Merkel hat, glaube ich, Gefallen daran gefunden, mit der SPD zu regieren, weil das ist eine ganz große Mehrheit. Bei der SPD arbeiten viele Profis. Und das hat in den letzten vier Jahren viel besser geklappt als mit der FDP. Um Frau Merkel rum, ich will jetzt mal keinen angucken, gibt es einige, die würden am liebsten Schwarz-Grün machen. Und so viele Leute in der Union, die so in der Mittel unterwegs sind, die wollen eigentlich immer noch die alte bürgerliche Koalition. Also da hat man eine Vorsitzende und die Kader und die Basis, und die wollen eigentlich alle in eine andere Richtung. Nur mit Frau Wagenknecht will noch keiner in der CDU. Außerdem kann noch viel passieren in diesem Jahr. Vielen Dank für das Thermometer in den Wasserstand heute. Und wir sehen weiter im Laufe dieses Bundestagswahljahres. Herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Wir sind am Ende dieser Sendung nächste Woche. Reden wir weiter dann über ein anderes Thema. Wir sehen mal einen schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.